hey leute was geht eure aktiven ja ich bin grad zu hätten ich bin so happy leute ich weiß nicht warum aber ich bin so happy und da seht ihr den grund ich habe sie nach fünf Jahren Spaß wird der Ecke er ist ein neid er ist so ein solches Alter pro mein Herz er weiß was mir aufgefallen ist Alle haben Womba. So ein behinderter ähm Ding. Aber es leckt gar nicht. Der darf die Schüssel connecten nicht so schnell. Die haben alle Womba, macht meine Host Migration. Hä? Ich hab ihn doch getroffen, Mann. Ja, jetzt kommt er hier mit. Ey, alter! Was ich mit dir? Haut da raus. Boah, du Nutter, alter, geh weg. Ich schwör, du mit C4! Oh mein Gott. Ich hab ihn doch getroffen, alter. Was ist das? Ey, wieso hat der Homo meine Sniper aufgenommen? Weil der Homo ist. Ey, aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Scheiße. Was? Was? Ich hatte die jetzt richtig schnell auf Kreuze. Ey, Mann. Oh, Mann. Du Hurenschmock, alter. Hä? Ja, weißt du, ich hab's so drauf, alter. Dass ich nicht selbst blende, Mensch. Ey, lass mal C sichern. Ja. Oh mein Gott! Alter! Der hat sie heute. Der Hohmolzen hat die Wünsche. Was verlieren wir? Nichts. Ja, ich hab schon gerettet. Guck du bei A, ich guck bei C. Oh, da war so ein Wünsche. Hä? Nein. Oh, guck, alter, wie der mich blendet. Ich muss nachladen. Das gibt's doch nicht. Warum? Wieso spielt man mit so einer Waffe, Alter? Wieso sagt man das? I'm back so alone. Der hat so ein Penis ist bei C. Ja, ich. Du Bauer, Alter. Krass, der schildert hier lang gerannt. Echt? Ja. Oh mein Gott, der macht kollabere. Läuft bei ihm. Wer war denn da? Was, wie denn, Alter? Ich hab' ich doch getroffen, Alter. Mein Herz, Alter, mein Herz. So, jetzt, Alter. Läuft. Ja, so sieht's aus, meine Leute, Alter. Boah, hinter mir, Alter. Ey, da kommt eine Achtung. So, Leute, jetzt reicht's mir. Jürgen war nicht der Bogen überspannt. Wir haben C verloren. Anders macht C, ja, ja. Boah, C4. Achtung, Hinterpipierer. Knife, der dich einfach weg. Du mal, anstatt eine Host-Migration zu machen, rennen wir alle mit Bomber rum. Ey, ich bin so gut. Ja, Mann. Aber ich wollte dich eigentlich nur so beschützen. Also, meine lieben Leute, da habt ihr jetzt den Grund gesehen, wieso ich so getroffen bin. Und ja, ich sag da mal, ciao, bis zum nächsten Mal. Hau da rein, eure...